hallo leute freunde des guten geschmacks heute möchte ich euch zeigen wie kopaschinken in der ritterbutte hergestellt wird zuerst reibt ihr das fleisch mit den angegebenen gewürzen schön ein die zutaten seht ihr am ende des videos oder unten unter dem video in der beschreibung nach der pökelzeit nehmt ihr den schinken und wascht ihn mit handwarmen wasser ab danach trocknet ihr ihn mit küchenrolle ab jetzt pinselt ihr ihn mit hochprozentigen rum ein und steckt ihn in die rinderbutte jetzt stippt ihr den schinken gleichmäßig damit die luft dann später entweichen kann nun seht ihr wie der schinken gewickelt wird so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.